Und danach haben wir auch Schicht für heute. Ich habe auch Hunger. Aber wenn ich Hunger habe, ich kenne da nichts, ich esse auch während dem Stream. Ich hoffe, da ist man mir nicht böse. Erstmal gehen wir zum Floristen. Warum der eigentlich wieder sein Office da hat und nicht im Millennium Tower, weiß ich nicht. Ich hasse diese Gegner. Aber man kann sehr viel laufen, ohne einen Gegner zu treffen. Das ist schon mal angenehmer als andere Yakuza-Teile. Wenn ich dann mal einen treffe, dann ist es halt so. Wir kriegen die mittlerweile auch schneller platt. Also, so ist es hier nicht. Ich versuche trotzdem, die zum Gehen. Die Gegner. So, ich muss mit dem Florist reden. Wir könnten auch das Colosseum machen, ne? Theoretisch. Aber, ich weiß nicht. Das kann ich vielleicht im letzten Kapitel mal machen. Ich glaube, das letzte Kapitel ist auch wieder so ein... Äh... Geht sofort zum Finale über. Da kann man nochmal frei erkunden. Sachen machen, die man noch machen muss, will. Letzte Gelegenheit. Obwohl, letzte Gelegenheit ist eigentlich dann... Premium Adventure. Weil da kann man dann noch mehr machen. Man hat ja, denke ich mal, Riki ja nicht dabei mehr. Der Florist ist nicht da. Aber, warte mal, was... Also, jetzt... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum man das nicht machen kann. Ich dachte, ich könnte jetzt die ganzen Sachen abgrasen, aber nein. Erst Kapitel 12 können wir weitermachen. Ich dachte, es gibt bestimmte Leute, die ich jetzt nicht Daten sammeln kann oder so, aber nee. Ich finde es doof, wenn man eine Quest kriegt und die kann man erst wirklich ganz zum Schluss machen. Ist ein bisschen doof gemacht. Aber ja, da haben wir weniger zu tun. Hitman-Mission, würde ich sagen. Gibt es da denn was Neues? Available, Chapter 9. Da gibt es auf jeden Fall was Neues. Dann holen wir uns Hitman-Missionen, verprügeln ein paar Hitmans. Die sind auch immer heftig. Das sind so halbe Bosse sind das. Genau, dann... Ich habe ihn zu spät gesehen. Oh, da ist ein Messerstecher. Warte mal. Vier Leute? Warte mal. Hehehe. Ein Stamina-Royal benutzt, ein Stamina-Royal bekommen. So ist doch geil. Ich liebe diesen Move. Der ist einfach mega geil. Rashi, wäre stolz auf dich. Kill you. Ich möchte immer Kill you sagen, aber... Die Namen sind sich so ähnlich. Ich wollte ja mal die Zellen beobachten. Sind hier welche drin? Nein. Nein. Schade. Ich dachte, die Typen, die ich hier fange, sind dann in den Käfigen. Wir machen erstmal Lorenz. Der ist auch nicht weit von hier. Ich bin einfach nur straight hoch. Nein, 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 nein. Ich schaff's noch weg von dir. Hey, du. Er hat eine Katana. Aber Katana ist gar nicht mal so schlecht. Ich kann nicht abblocken. Oho. Ohohohohohoh Wie schnell! aber ich bin schneller ich finde es einfach cooler als der headbutt und wenn mehrere gegner da sind haut es sogar doch die aus den sachen Ciao. Nein, was? Der lebt ja immer noch. Bleib mal liegen, Mann. So. Vielleicht zum nächsten. Das ist auch schon der letzte Hitman, ne? Samajima. Samajima. So. 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 you. Boah, der Move ist so geil! Janko! Jetzt ist er... Oh, der andere Mauer ist Maschinenpistole! Uzi! Wo stehst du denn hin? Nein! Nein! Was mach ich da? Feel the heat! Einmal durch den ganzen Raum, bitteschön! Ich muss sagen, die hat Spaß gemacht! Aber die sind halt leider nicht in den Zellen! Das find ich schade! Wofür sind die Zellen denn dann da? Ich fand das ja so cool! In Batman, ne? Da gab es ja auch ne Zelle! Also da konnte man, wenn man alle, die man Ding festgemacht hat, die sah man dann da hinterher! Fand ich mega cool! Manni! Danke für den Raid! Wieso kam kein Alert? Was ist denn da los? Danke für den Raid! Was gab es denn schönes? Jetzt muss ich länger machen! Eigentlich wollte ich ja Schluss machen nach den Hitman-Missionen! Aber hey! Komm! Ein Kapitel können wir noch, oder? Warte! Ich habe ja dafür auch noch einen coolen Command! Warte! Funktioniert der! Bitte funktioniere! Nein, ich höre nichts! Vielleicht weil mein Dings abgeschmiert ist! So! Ja, ja, wenn ich nichts höre, hört ihr auch nichts! So! Jetzt nochmal versuchen! Zeug für eine Tracht Prügel! Schon besser! Wir sind heute auf jeden Fall auf vielen Dächern gewesen, aber haben noch keinen Endfight gehabt! So! Das wollen wir Ihnen 없습니다! Das wäre schön! Sure das wäre Wahnsinn gewesen! Vielen Dank.